Nico Schlotterbeck hat es dann ähnlich gemacht wie im Derby letztes Jahr auf Schalke, wo er dann auch aus dieser Position angedribbelt hat, eine Überzahl genutzt hat. Dann hat er flach getroffen, heute hat er den Ball heraussagend gut getroffen. Ich kann euch verraten, er versucht es sehr häufig im Training, aber so häufig trifft er den Ball nicht so gut. Und das war natürlich eine Folge der Umstellung, das hat dann sehr gut funktioniert und hat uns dann dazu gebracht, dass das Spiel dann wieder offener wurde, sich dann auch wieder Kontersituationen für uns ergeben haben und Nico hat das in dem Fall richtig gut gemacht. Wir sind heute mit der zweiten Halbzeit und mit dem Ergebnis zufrieden und dann geht es nach der Länderspielpause weiter für uns. Vielen Dank.